Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Nehmt ihr überhaupt auf? Ja. Ja, ich gehe davon aus, dass er aufnimmt, ja. Das war Folge 5. Folge 6, oder? Oh nein, 5. Ich bin davon überzeugt, dass du Folge 5 bist. Nein, Folge 6. Jetzt quasi direkt über dem Video. Scheiß auf. Gut, dann, also, hallo und herzlich willkommen zur neuen, zur sechsten Folge von Let's Play Minecraft von Couch.TV. Herzlich willkommen zur n-1-ten Folge. Warum mäxt denn dieses Kack-Zeug hier nicht? Kack hier wächst nicht so gut. Ich meine, unser... Ja, ich weiß, was du meinst. Sugarcane. Ich hab 3-Shore-Kälen-Wegsung-Gar-Nicht. Vorsicht. Ich hab 17 im Minentar. Ich schmeiß mir irgendwo hin. Ja, was kloppt du denn auf mich, du Idiot? Ja, warum... Ich hab immer 30 Level. Ja, ja, ist das schon mal. Das viel war schon tot, wo du auf mich gekloppt hast. Das ist doch normal, dass die Leute nicht hingucken, wo sie hinschlagen. Heute nicht rumschlagen. Ja, nein, ich meine, ich schlage auf einen... Laber nicht, der war schon tot, wo du angefangen hast. Nein, doch. Riki läuft durch mich durch. Wir haben doch Videobeweis, man bleibt doch mal ein bisschen locker. Ja, ist klar. Will jemand ein O-Quot haben, was er nicht zu Planken verarbeiten kann? Nein. Wieso nicht? Weil es schief im Minentar ist. Das ist durch... Das ist ziemlich interessant. Ja, weil ich es schief auch gebaut habe, aber... Mit F. Ja, das war ein Doppeltrop halt, dann... Irgend so was. Boah, Blacky. Hier. Mach da aus, mal Planken. Äh... Bau's halt hin. Mach's auf. Geht nicht. Ja, ich baus. Weil es denn dir... Weil der Oakblock schief ist, also du kannst mal versuchen, jetzt abzubauen. Ich hab's... Ja, jetzt geht er natürlich. Das war auch nur... Ich weiß, dass das geht. Blacky, genius. Ich möchte auch nebenbei nix machen. Äh, ich meine, was anderes machen. Nix machen. Ah, Blacky, aller genius. Klassischer Blacky gewesen. Wir haben kein Holz. Äh, ich hab das ganze Holz in meinem Himmel da. Au! Au, 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 au. Weil ich eigentlich damit jetzt auch bauen wollte. Ja. Ich brauch irgendwas Kleines zu essen. Äh, hier ist ein Sack. Ein Sack. Was wollte ich denn jetzt? Ich hab meinen Diamanten verloren. Irgendwo ausgeladen. Okay. Taucht schon wieder auf. Oh. Oh nein, ich hab wirklich hier meine Eisenpäcke gegeben, ne? Äh, äh. Kannst du dir kommen, wenn du so brauchst. Früher kommt dein neues Haus hin, oder? Ja. Ach, die Ecken funktionieren, oder? Was für Ecken? Wir können schon mal Level 6 verzaubern. Oh. Oh, Eisen wollte ich da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Können wir die Häuser irgendeinen Sinn geben? Nö. Ja, na, also ich mein, jetzt am Anfang könnten wir zum Beispiel jetzt ein Haus für das Enchanting bauen. Zum Beispiel so. Ne, kann man nicht. Die Bücher stehen schon unten. Ja, man könnte sie unten wieder abbauen. Man kann sie abbauen, krieg die Bücher wieder raus. Verlierst du halt das Holz. Verlierst du. Ja, oh, wow, man verliert das Holz, wie schlimm. Ähm, Yaki. Rikki. Yaki, Rikki. Yaki. Was ist denn los, Monsieur? Ich versuche es gar nicht. Ja, doch, versuche ich. Wo ist denn jetzt eigentlich die Karoffe? Ich folge deinem Tunnelgrad, den du baust. Da hab ich irgendwo reingesteckt. Achso. Dann bist du ja gleich bei dir. Nahrung nochmal. Da, hinter dir liegen Hacken. Ähm. Ja? Hm? Deine verzauberte Lederrüstung sieht aus wie so ein Sprügel. Hab's denn die Nahrungsküste? Ja, das stimmt. Hab ich getroppt bekommen? Besser als nix? Ja, ja, das sieht trotzdem so richtig schön nach Gay aus. Also, schon lustig. So, um's mal allen zu zeigen. Ich mein, wenn du eine Gay-Rüstung sehen würdest, dann guck mal meine an. Du mal. Das ist schon ein bisschen pink. Oh, Chewbacca, das sieht jetzt nicht so aus, ey. Das sieht so aus. Nein, ich mein, meine Rüstung ist da eigentlich nur viel geiler. Oh, eine SM-Rüstung. Ja, entleuchtend. Wir müssen ein bisschen hoch jetzt, bis Ebene 23 circa. Okay. Hast du ne Schaufel? Nee. Na, ist das nicht perfekt? Ja. Lass es doch mal hier... ...ausgaben. Ist noch eins höher, die Decke? Ich mach das schon, ja, ja. Äh, achso. Ja, willst du's machen? Nee, egal. Ich weiß, ich auch. Du kommst in den Cloud. Was, bitte, hat ein Trickstone. Hast du noch n'n Dings, Riki? Ne Schaufel für mich, überbekommen? Riki, tut dir deine Schulterwähre? Ich hab keine Schaufel. Nee, ich hab keine Schaufel für mich gefragt. Entschuldige bitte. Aber, I got the arrow in my shoulder. Ich brauch ne Picke, Riki, bitte. Ich hab dir zwei Picke gegeben. Aber dann, I got the arrow in my shoulder. It was an Adventurer, like Riko. Ah, ja. Ja, okay. I was a minor like you. Ich hab dir zwei Picke gegeben gehabt. Ah, okay. Stimmt, danke. Sorry, hab ich nicht gesehen. Hast du noch n' bisschen Erde irgendwo, Michi? Nee, hab ich grad alles verbaut. Für deine Planierung. Hast du noch n' bisschen Craftingbox dabei, Riki? Nee, aber Holz. Doch, ich hab eine. So. Aber das ist jetzt doof hier? Machen wir das da auf dieser Seite. Machen wir das da auf dieser Seite. Ah, eine Spinne, ist mein Schild. D? Nein. So. Warum hast du halt D draufgeschrieben? Ja, aus Versehen. Ich glaub's auch rein. Komm, stirb, Zombie, und gib mir dein Eisenschwert. Ich will's haben. Das ist für zauberst. Keine Ahnung, aber ich hab keins mehr. Ist kaputt. Weißt du? Ich hab meins noch. Oh, wie der ist denn? Aua! Übrigens, wer mal ein bisschen Adventure-Time machen möchte, kann dann von mir aus meine Eisbewusstung nehmen. Seit wann greifen denn Spinnen am Tag an? Oh, wie der ist denn? Wenn sie an einem Baum sind, dann verlieren sie ihren Aggro-Status irgendwie nicht. Ah, okay. Weil sie ja quasi in einer Höhle sind, in Anführungszeichen. Ja, okay, okay. Hab's verstanden. I'd like... Minecraft halt, ne? Ja. Ja. Aber echt unerwartet. Du baut ein Haus. Ja, ich baue ein Haus. Tja, der Crafting-Table ist schon wieder weg. Achso, ja, sorry. Warte, ich steh'n wieder hin. Ich will hier grad nur ein bisschen ausbauen, damit das ganz so scheiße aussieht. Also, es sieht weiterhin scheiße aus, weil alles aus Cobblestone ist und so, aber egal. Hast du Cobblestone? Ich? Nö. Ich bin sicher nicht ganz so claustrophobisch fühlt. Noch immer kein... ...klau...kein...kein...stein... Ricky, willst du nicht vielleicht irgendwas anderes machen, wenn du schon die Kamera hast? Dann lässt du mich das machen, vielleicht. Oh, vielleicht. Also, das Zombie töten. Oder jemand, der was anderes... also, der gar nichts zu tun hat so richtig. Zum Beispiel ich. Könnte jetzt irgendwas Sinnvolles draus machen. Ich versuche, ein Potatoes zu bekommen, aber... ...klappt nicht so gut. Nur, ich meinte jetzt übrigens nicht belecken. Nur ein bisschen. Baaah! 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 Ich lass die Crafting Table mal da stehen. Ohne mich hätten wir immer noch keine funktionierende Nahrungsversorgung, also... Ja... Danke. Oh, der Server lag, oder ich lag. Also, es müsste halt jemand noch, ähm... ...biss...bisschen Rotten Flush besorgen... ...und viel... ...Zeug-Dingsbombs. Lackt bei euch das Server, liegt das an mir? Also, bei mir lagts momentan nicht. Ich kann keine Blöcke mehr abbauen, also ich kann sie abbauen, aber es droppt kein Code zum Beispiel. Doch, dann habe ich... Geht. Na, wahrscheinlich... Machen wir mal einen Return. Ich hab'n Krampf im Fuß. Glückwunsch. Äh, warum steck ich jetzt im Stein fest? Ah, okay. Weil du's kannst. Ich will erfüllen, das ist so eine blöde Antwort. Äh, weil ich's kann... Dann whatever! Dort formen... Was farmst du dort? Ja, ich formel gerade dort. Ja. Ah, immer noch nicht genug, Mann. Das Loch hättest du da auch ruhig lassen können, das wär' jetzt egal gewesen. Vielleicht will ich da ja was hinbauen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann... Ups. Hm. Kannst du einen kleinen Stall hinbauen, vielleicht? Hier bitte? Da, ich... Ja, was wird denn dein Haus? Wird das irgendwas? Ich werd hier, äh... Eine Scheune oder irgendwie sowas ähnliches bauen, glaub ich. Weil es hier halt direkt neben dem... Neben der Farm ist. Ja, dann brauchen wir einen Stall. Ah, jetzt kommen alle Steineplätze vier, die ich abgebaut habe mit einem Schlag so... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...gucken wir mal uns das Häuschen hier an. Von innen. Gibt's jetzt irgendwo mehr? Nö. Oh, unten ist noch... Noch nicht mal ausgeleuchtet. Doch. So ist vorgema. Eine Fackel. Haha. War's der Keller, oder wat? Ja. Ja. Ja, da war ich noch nicht. Und da hab ich auch kein Lust drauf. Oh, lauter Betten hier oben. Sehr gut. Ja, das ist unser Schlafzimmer bisher. Oh, für die. Ihhh. Bis wir in unser Schloss umziehen. Nur eins? Hä, ich hab'n 51er Ping, das kann doch gar nicht sein, dass ich legge, ey. Hast du noch ein normales Holz? Äh, ich hab'n 20er Ping zu googeln. Weil... ...und... ...und... Ja. Gar nicht so kacke, was ihr bisher baut. Da muss man sich anstrengen, um mitzuhalten. Kriegst du grad meine Goldschuhe? Ja. Wenn du sie in die Kisten legst. Ja, aber auch mit Absicht so. Dann... ...sieh's an. Ich durfte's ja auch. Da sieht's merkwürdig aus, so mit rosa... ...hemd und goldenen Schuhen. Das klingt... ...das sieht wirklich richtig... ...hardcore... ...gross. Interessant aus. Nichts gegen Schwule. Hier gibt's halt nirgends normales Holz, gah? Das ist anstrengend. Ja, du musst halt nach... ...nor... ...nei, nach... Es gab eigentlich Setzlinge für normales Holz, ein paar. Ja, eigentlich so. Ja, ich setz mal ein paar hin. Wir haben schon sieben Stack Eisen. Was? Blöcke? Ja. Blöcke. Also haben wir auch noch nicht mal einen Stack. Ja. Wir spielen ja auch noch nicht allzu lange und... ...wir bauen. Es farmt ja keiner. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass diese Gegend hier sowieso schon halb abgegrast ist. Ja, das auch. Dann müssen wir wahrscheinlich ein bisschen weiter rauslaufen. Ich bin ja für Bahnstrecken später zum weichen Rand und zur Spawnstadt. Ja. Können wir auch mal einen nehmen, die müsste auch hier irgendwo rumla... sein. Expedition machen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich könnten wir uns eigentlich auch bei Riki anschließen. Ja, ich habe irgendwo eine, die hier unten drunter läuft. Ja, wir müssen uns nicht komplett zurückbauen. Dann muss man aber umsteigen, das mag ich nicht. Ja, das ist korrekt. Und dann auch eine automatische Umsteigestation. Nein. Nein, das mag Riki dann nicht. Wieso? Das geht ja nur zu uns. Ja, und? Aber meine Strecke ist trotzdem... Nein. Keine rechte Riki. Irgendwie schon. Ach was. Als wenn du hier auf dem Server irgendwas zu melden hättest, ey. Aber echt, weil du... Ja. Ach du. Der Falsche hier. Müssen wir den Heiligen Spitter fragen. Genau. Unser Goldesel. Unser bestes Pferd im Stall quasi. Unser Goldesel. Nur weil der Server nur am Boden liegen und... Ja. Er ist das Zahnrädchen, das alles zum Scheitern bringt. Wenn wir's nur hätten, Ex Civutzrenden müsste。 Dann würden wir wahrscheinlich immer noch Beta 1 zu 4 spielen oder so. Aha. Dazu sage ich nur wahre Geschichte. Prue. Wahre Geschichte. Prue. Ja, und? Nix, das ist in Ordnungsbedarf. Was ist denn gegen Beta 1.4? Die war doch cool damals. Ja, die war auch cool damals. Die Höhlen haben ja besser gefallen. Wir haben einfach einen großen Schritt zwischen Beta 1.4 und der Final war sowieso nicht wirklich. Beta 1.4 war doch das mit den neuen Gleisen, oder? Genau, da kamen die Powered Raids gerade, glaube ich. Der Moment, wo ich fluchte. Ja, wo wir so viel Gold gefarmten. Dann haben wir sogar das Gold aus der Pyramide, wo einfach random dran stand. Das kleine Säule haben wir abgebaut. Ja. Und wenigstens zur Spawnstadt damals kam. Ich war so stolz auf meine 300 Meter oder 400 Meter lange Strecke, die ich mit Powered Raids in zwei Richtungen befahren konnte. Aber mehr Geschichten darüber gibt es in der nächsten Folge. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao.